Stürmer Während vier Tagen der offenen Tür überzeugte Stürmer Maschinen etwa 230 geladene Fachhandelspartner aus ganz Deutschland. Es war sehr überwältigt, als ich reingekommen bin. Stürmer hat jetzt ein Gesicht bekommen für uns. Ich finde es repräsentativ, also toll. Im neuen Vorführzentrum besichtigen die Besucher vorführbereite Maschinen. Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern befinden sich hier 150 Maschinen mit einem Warenwert von 2 Millionen Euro. Stürmer nutzte diese große Ausstellung, um seinen Gästen mit Vorträgen und Vorführungen ausgewählte Modelle live vorzustellen. Zum Firmenverbund gehören die Firma Optimum Maschinen mit einer eigenen Maschinenfertigung in Asien, ein Werkzeug- und Maschinenfachhandel und die Aircraft-Kompressorenproduktion. Weiteres Highlight war der Bus-Shuttle in das 15 Kilometer entfernte Logistikzentrum. Abrufbereit stehen hier mehr als 345.000 Maschinen und Zubehörartikel. Im Logistikzentrum sind schnelle Verlade- und Durchgangszeiten, Bestandssicherheit und eine optimale Lagerplatzverwaltung garantiert. Abwechslungsreich gestaltete Produktschulungen in neuen Schulungsräumen vermitteln wichtiges Fachwissen zu den einzelnen Marken. Die zahlreichen Besucher erhielten umfangreichen Einblick in die Welt der Maschinen. Es ist ja noch nicht zu Ende, aber ich denke mir, das ist alles perfekt gemacht und wir werden uns auch hofwohl fühlen und wir werden auch, wie gesagt, weiter mit Stürmer durchs Leben gehen und durch das Geschäftsjahr oder das nächste Jahr. Stürmer